herzlich willkommen bei den lake lightroom tutorials im heutigen video zeige ich euch wie ihr mit der dodge and burn technik eure bilder etwas optimieren könnt dodge and burn heißt eigentlich nur bereiche im bild heller oder dunkler zu machen auf deutsch heißt es abwedeln und nachbelichten das kommt noch aus der zeit der dunkelkammer wo man eben mit diesen techniken auch bereiche heller und dunkler gemacht hat und wenn ihr hier zum beispiel in das werkzeug korrektur pinsel hinein geht findet ihr hier auch die effekte abwedeln das ist also hier eine viertelblende aufhellen und ihr findet auch hier nachbelichten abdunkeln das ist also hier dann 0,3 nach unten das ist also das was adobe vorschlägt hier für diese technik zum beispiel aber natürlich hat man hier sämtliche freiheiten also dodge and burn die technik die wir heute benutzen und ich habe dieses bild mitgebracht und hier werden wir jetzt mal ein bisschen rumschrauben damit es nach ein bisschen was aussieht das ist jetzt das raw aus der kamera hauen wir hier einfach mal was rüber von meinen neuen presets filmen die jetzt demnächst auch zu haben sein werden wir nehmen einfach mal hier den zweier und legen dann einfach noch mal so ein light liegt rein damit das ganze ein bisschen spannender aussieht und so habe ich jetzt mit zwei klicks hier ja schon mal einen schönen bildlook erzeugt und das bild sieht etwas interessanter aus ja dodge and burn auffällen abdunkeln man arbeitet hier also richtig mit dem licht und mit schatten und licht und schatten ist ja alles was das bild irgendwie ausmacht und bei diesem bild konzentrieren wir uns jetzt mal auf die nase die nase ist jetzt ja hier etwas ich sag mal gehört zu den etwas breiteren nasenrücken und man könnte jetzt natürlich sagen dass man einem schönheitsideal folgen will mit einer schmalen nase und wie ihr das erreichen könnt das will ich euch eben jetzt zeigen wir machen jetzt mal hier schön das bild groß damit wir auf einer großen fläche arbeiten können wir gehen jetzt also in korrektur pinsel und wir arbeiten jetzt mal in diesem video nur mit der belichtung manchmal mache ich das auch so dass wenn ich bereiche heller mache dass ich dann hier auch die lichter zum beispiel stark hoch nehme und wenn ich die dunkler macht dass ich hier zum beispiel auch mit den tiefen weiter runter gehen aber ich denke zum veranschaulichen reicht es die belichtung zu nehmen und wir werden hier vielleicht etwas stärker arbeiten als hier mit diesen 0,25 und minus 0,3 was ich hier auf jeden fall auch mache ich werde mit einem grafik tablet arbeiten denn damit sind solche zeichenschritte viel viel einfacher als mit der maus also wenn ihr sowas öfter macht lohnt sich ein einfaches wakuum grafik tablet das ist nicht so teuer und damit kann man ganz gut arbeiten ja den pinsel wie stellen wir den ein bei dot and burn nehme ich gerne eine sehr weiche kante und ein fluss der ein bisschen niedriger ist niedrigere fluss heißt dass ich mit einem strich eben nicht die die volle härte oder die volle stärke drauf male sondern sich mehrmals hintereinander über eine stelle malen kann bei jedem mal wenn ich drüber male wird das stärker ich zeige euch das noch mal ganz kurz wir machen jetzt hier mal was extremes der fluss ist jetzt wirklich niedrig ja wir machen immer hier auf 20 und zwei blenden belichtung hoch und wenn ich jetzt hier im bild male seht ihr passiert noch nicht viel aber wenn ich jetzt hier öfter rüber gehe dann wird es eben heller und das ist der vorteil von dem niedrigen fluss wenn jetzt auf 100 ist dann gehe ich dann nur einmal rüber und dann ist es gleich die volle helligkeit und so kann ich eben jetzt hier ganz vorsichtig arbeiten und hellere und dunklere bereiche erzeugen setzen wir die mal wieder zurück und das machen wir jetzt eben hier im nasenbereich wir suchen jetzt hier einfach mal ein ein bisschen rein ich nehme hier so eine ansicht von 1 zu 2 also nicht 100 prozent sondern so dass wir das ganze gesicht sehen das hilft uns einfach dabei weil wir dann den gesamteindruck des fotos auch besser sehen können jetzt fange ich mal an dinge heller zu machen also ich nehme jetzt hier mal ich gehe jetzt mal hier eine knappe blende hoch nimm mal ein fluss von so irgendwie zwischen 30 und 40 eine weiche kante und die größe passt jetzt erstmal die dichte machen wir mal auf 100 prozent automatisch maskieren auf jeden fall aus was jetzt machen möchte ich möchte die existierenden schatten die wir hier haben und die wir hier haben erstmal ein bisschen auflösen das heißt wir gehen hier so rüber und gucken dass wir eben die bereiche die dunkler sind jetzt langsam so ein bisschen aufhellen jetzt habe ich den punkt verschoben ich glaube das ist ist das eine neue funktion in lightroom es ist mir früher noch nicht so aufgefallen und jetzt sehen wir schon dass jetzt der bereich hier heller ist und der schatten nicht mehr so auffällt und das ist die basis weil wir malen dann später quasi einen zusätzlichen schatten rein der jetzt gar nicht existiert hat ja manchmal lohnt es sich noch in die eins zu eins an sich zu gehen aber ich denke für jetzt reicht es und hier machen wir das gleiche wir malen hier rüber und hellen den schatten auf an dieser nasenseite hier gibt es sicherlich jetzt verschiedene herangehensweise wie man das macht ja ich versuche immer erst quasi die plastik die wir hier haben also die dreidimensionalität so gut es möglich ist aufzuheben also quasi alles sehr sehr flach zu machen also die schatten zu entfernen und dann sieht das ungefähr so aus das ist jetzt vielleicht nicht perfekt aber das ist ganz in ordnung und jetzt nehme ich einen neuen pinsel und gehe jetzt hier runter und jetzt malen wir eben einen neuen schatten rein und zwar fange ich hier oben an und male jetzt hier eine linie wie ich mir diesen die nasenform vorstelle ja und diese linie ist jetzt hier zu sehen ziemlich stark das mache ich auf der anderen seite auch vielleicht ein bisschen größer damit ich einen punkt habe an dem ich mich orientieren kann oder eine linie also das ist jetzt die neue nase das ist jetzt natürlich recht stark aber das ist kein problem wir gehen jetzt hier rechts von dem schatten so ein bisschen runter um hier noch die anderen bereiche etwas abzuschatten können hier ruhig jetzt auch noch mal ein bisschen größer werden mit der pinselspitze und malen hier eben diesen schatten rein so ungefähr ja und jetzt können wir hier nachträglich das einfach ein bisschen weniger stark machen zum beispiel nur so eine halbe blende oder eine dritte jetzt nehmen wir noch mal einen neuen pinsel und gehen hier noch mal in die höhe ah jetzt sehen wir jetzt das neue hat nicht geklappt also hier wieder runter hier auf neu und jetzt hoch und jetzt malen wir noch einen hellen bereich hier auf die direkt in die mitte auf diesen nasenrücken ja das ist jetzt quasi also eine lichtreflexion auf dem nasenrücken schaut euch mal bilder an wenn ihr mal drauf achtet dann seht ihr dass hier zum teil ganz starke reflektionen eingezeichnet werden gerade im beauty bereich bei frauen oder sowas die haben dann einen ganz hellen nasenrücken das wirkt eben sehr schmal ich mache hier oben diesen bereich auch noch gleich heller da ist es so ein bisschen dunkler gewesen und ich mache so ein bisschen rechts und links daneben aber besonders in der mitte ganz ganz hell also ich mache das jetzt mal übertrieben das ist jetzt der bereich den ich gemalt habe und das wollen wir natürlich nicht so stark aber irgendwie so in der art und ich sage mal jetzt bin ich eigentlich schon fertig wir zoomen jetzt hier nochmal raus und gucken uns das gesamte bild an also wie gesagt das ist jetzt nicht ganz perfekt aber wenn wir jetzt mal das an und ausschalten vorher nachher dann ist das doch schon großer unterschied ja achtet mal hier auf den rechten bereich von uns aus gesehen von der nase vorher nachher also jetzt haben wir hier eine schöne ich sage mal schmalere und gerade nase und es sieht ziemlich gut aus also wir können jetzt hier nochmal vielleicht in diesem bereich nochmal ein bisschen aufhellen ich nehme einfach wieder einen neuen pinsel gehe hier noch so ein bisschen rüber um den bereich hier noch heller zu kriegen ach jetzt schiebe ich das ding wieder rum was ich natürlich nicht will das ist ein bisschen ätzend also wenn jemand weiß ob man das ausschalten kann dass man die punkte rum ziehen kann ich glaube es ist eine neue lightroom 6 cc möglichkeit die punkte rum zu ziehen mich stört es bei der arbeit so jetzt gucke ich ist das nochmal ein bisschen heller geworden ich glaube ja naja auf jeden fall seht ihr wie man jetzt so mit dieser technik indem ihr punkte und bereiche aufhält und abdunkelt wie man eben hier arbeiten kann um die nase zu verändern ich denke hier in dem bild kann man es auch nochmal so ein bisschen sehen hier gerade dieser bereich hier ist recht schmal und hier ist er eben etwas breiter also das ist jetzt die technik dodge und burn aufhellen und abwedeln nachbelichten und abwedeln und ihr seht auch nochmal kurz hier was presets ausmachen können also ich habe jetzt nichts nachbearbeitet in dem bild außer zwei punkte zu drücken und zwar diesen zweier preset von meinen retro filtern und diesen light leak und dann habe ich das dodge und burn gemacht und ich denke das bild könnte man jetzt so eigentlich auch schon raus geben also so viel zu diesem thema wir gehen jetzt hier auch nochmal rein für euch das ist das abschließende bild ich hoffe ihr konntet ein bisschen was lernen wie man das eben einsetzen kann ich bin gar nicht der oberprofi beim dodge and burn ich bin selber noch so ein bisschen am lernen aber ich denke zum zeigen hat es gereicht also ich wünsche euch noch eine gute woche viel spaß hinter der kamera und vor den bildschirmen beim bearbeiten immer gutes licht bis zum nächsten mal oder ja lass oder lass